Nun ist es offiziell, Punkt 12 Uhr. Das Erzbistum Freiburg hat einen neuen Erzbischof. Stefan Burger heißt der Mann, 52 Jahre ist er alt und bisher war er offizial beim Kirchengericht. Genau, und wer der neue Erzbischof ist und was die Freiburger dazu sagen, wir hören uns mal um. Wir sind froh, mit ihm einen neuen Bischof zu haben, der in einer menschlichen Weise und kooperativ aller Wahrscheinlichkeit nach seine Arbeit aufnehmen und dann auch in der Diözese fortsetzen wird. Also neben mir steht Friedolin Keck, Generalvikar im Erzbistum Freiburg. Wir haben den Namen schon gehört, Stefan Burger, 52 Jahre alt. Wer ist der Mann? Stefan Burger war viele Jahre lang zunächst einmal Pfarrer gewesen, bevor er vor etwa sechs Jahren offizial in der Erzbistum Freiburg geworden ist. Er hat es fertiggebracht, in einer guten menschlichen Weise auf die Leute zuzugehen, mit ihnen zusammen die Dinge der Gemeinde Pfarrei zu gestalten und auch miteinander eucharistischen Gottesdienste zu feiern. Also er ist, glaube ich, ein Mann, der auf der einen Seite fest in seinem eigenen Glauben verwurzelt ist, aber offen, dass er gerade aus dieser Verwurzelung heraus auf seine Mitmenschen zugehen kann. Ja, neben mir sitzt jetzt die Diözesanratsvorsitzende Martina Kassner. Ja, was sagen Sie zum neuen Erzbischof? Ja, zum einen sind wir natürlich jetzt mal froh, dass die Spekulationen, wer wird, der neue Erzbischof, ein Ende haben. Ich denke, jetzt Erwartungen gibt es ganz viel. Das ist klar, wenn eine neue Person am neuen Amt ist, dann muss er wahrscheinlich für sich selber auch erstmal schauen. Und wir vom Diözesanrat haben natürlich ganz stark die Hoffnung, dass diese angestoßenen Prozesse jetzt auch in guter Weise weitergeführt werden. Da warten auch die Menschen auf Antworten. Und das darf nicht zum Stillstand, sondern da sind wir auch als Diözesanrat auch bereit, da in die Verantwortung zu gehen und mit ihm zusammen da auch die Diözese weiter zu gestalten. Hier ist Wolfgang Sauer. Er war Spiritual von Stefan Burger. Herr Sauer, niemand kennt Stefan Burger wahrscheinlich so gut wie Sie. Sind Sie zufrieden mit der Wahl? Die Wahl von Stefan Burger ist sicher für viele eine große Überraschung. Ich vermute auch für ihn selber, denn er ist von seiner Persönlichkeit her kein Karrierist, der sich jetzt nach höheren Ämtern automatisch ausstreckt. Auf der anderen Seite kenne ich ihn als Menschen in einer großen Bescheidenheit, in einer großen Bereitschaft auch, sich von den aufgetragenen Aufgaben, die er jetzt übernimmt, prägen zu lassen. Sie haben es angesprochen, Herr Burger ist Kirchenrechler. Inwiefern wird diese Qualifikation seinen Führungsstil Ihrer Meinung nach prägen? Jeder Bischof ist natürlich in seiner Amtsführung beauftragt, die Tradition, auch die Gesetzestradition der katholischen Kirche genau einzubehalten. Das hat Stefan Burger intus. Er ist aber keiner, der die Paragrafen reitet. Neben mir steht Dekan Jung. Er ist Ehrendomkapitular und hat den neuen Erzbischof mitgewählt. Was sagen Sie zum neuen Erzbischof Stefan Burger? Also es ist eine gute Wahl für die Erzsorzöse Freiburg und wir freuen uns auf den neuen Erzbischof. Was erwarten Sie von ihm für Veränderungen? Wird er den Kurs von Erzbischof Zollitsch weiterführen oder was für Veränderungen wird es mit ihm geben? Also ich glaube, dass er die Initiativen, die Erzbischof Zollitsch sozusagen initiiert hat, weiterführen wird. Er ist aber auch ein sehr pastoraler Typ. Er wird sehr auf die Situation in unserer Erzsorzöse achten. Und schauen, dass wir auch in Zukunft in einer guten Weise pastoral und seelsorgerlich tätig sein können. So Denise, wir haben jetzt mit einigen Leuten gesprochen. Was hast du denn so in Erfahrung bringen können? Ich habe gemerkt, dass die Leute hier überrascht sind. Also dass sie gar nicht mit Stefan Burger gerechnet hätten. Aber dass sie sehr positive Erwartungen haben und natürlich jetzt hoffen, dass er die Ergebnisse des Dialogprozesses auch umsetzen und vorantreiben wird. Also ich kann zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung geben, dass alle, die bei Kirchenrechtler erstmal an einen Paragrafenreiter gedacht haben, beruhigt sein können. Denn er scheint ja ein ganz lustiger Typ zu sein. Ja, dann wünschen wir dem neuen Erzbischof Stefan Burger alles Gute. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft!